Gehts! Ahhhh, ich will doch irgendwo spawnen, aber mein Druck fliegt durch die Gegend. Okay, dann mal den. Geht weg. Ihr müsst härter kämpfen, das verlieren wir. Da war doch einer. Da war doch einer. Wunscher. Einer geht gar nicht spawnen. Oh doch, ich muss spawnen. Oh, ich will hier rein. Ich will hier raus. Ich will hier irgendwo hin. Ah! Oh! Einer hier noch falsch nach! Komm! Erste Hälfte! Hier! Ach, der ist hier! Die Hofer! Nein! Entschuldigt! WMV- Äh! Ok, ich geh zur A Scheißegal, ey Das hat dann von dem Ding sich mal komisch rüber Ich denke, ich denke Oh Gott, welche Schlacht Alter Ich hab dir irgendwas freigeschaltet Ich weiß es gar nicht Oh ja Erst rüber auf die Ui Dann rüber auf die P8 Bäm, was gibt hier noch Ist ein Ball Okay Fahrtfinger aus Was sind das denn? Was ist so schnell hier? Ich versorge, ich will mal was bauen So, T Ok Was ist das? Na komm Unser erster Soldat ist gefallen Unser erster Soldat ist gefallen Die Feinde haben genügend Ziele Um den Kampf für sich zu entscheiden Nehmt diese Ziele sofort ein Oh man, der Versorger, der baut so schnell Oh man, der ist ja nicht gut Was tut er mit dir nicht? Bis zum nächsten Mal Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. 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 Ach, komm, Alter. Ist das für ein Arsch, ich hab die ganze Base-Up-Cover-Outshot. Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. Das ist ärgerlich. Cops-Born bitte, Cops-Born geht nicht. Cops-Born bitte. Verdammt. Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. Gute Arbeit, Ziel Dora gehört uns. Gute Arbeit, wir haben viel Ehemile abgemalt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, was macht der da hinten? Oh Gott. Oh, er hat mich verstochen, Alter. Er ist von hinten gekommen. Nein, hat er mich aufgeschlitzt. Der Hund. Warum? Ich bin nass. Hör mal an, ich bin in den Spawn. Okay, warum kann ich hier nicht spawnen? Ich bin richtig bei Zula. Zula. Lass mich bei dir spawnen, Zula. Soll er, Zula. Zwei Scheine. Okay, nice. Soll ich mich. Ah, da ist auch einer. Okay, warte, warte. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schlauer spielen. Ein bisschen mit Campen. Und so. So, jetzt müssen wir mal wieder dieser. Achso, geile Klasse. Und ich starte genau an diesen beschissenen Gebäude. Soll ich das. Okay, da will ich jetzt mal hochflitzen. Vier. Vier, sag ich. Soll ich hier hochflitzen. Soll ich hier hochflitzen. Oh. Soll ich hier hochflitzen. Okay. Das ist ein bisschen zufrieden. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Aber ich bin sicher, ich bin sicher. Aber ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Und ich bin sicher. Schade, das ist gut gewesen. Ich habe die Stücke da nicht treffen, dann. Nein, sorry. Ich glaube, der Ball geht so kurz. Gibt's denn nix? Oh nein! Das war schlau! Alter, was ist da denn los? Wir verlieren Ziel-Teser-Soldaten! Was ist denn der Hund denn hier? Die sind ja schon überall! Ziel verloren! Achtung! Wir haben Ziel-Teser verloren! Soldaten, wir haben Ziel-Anton erobert! Wir müssen nur den Zonsalat! Ich hab' einen Sniper-Mann! Oh, Granate kommt! Ich hab' keine Ahnung, wo ich fahren soll, echt! Ich hab' keinen davon getroffen! Die hat alle! Ich hab' einen Sniper! Damian! Ich rette dich! Ich bin ja nötig! Ja, danke. Baitel von Hüten für den Tags. Baitel von Hüten. Baitel von Hüten. Oh, Hilfe! Den hab ich nie gesehen, außer muss ich mal ne Kippe. Es wird alle hoch hier, also. Sanität! Das gibt kein Baitel, aber verdammt. Die Karte. Die Karte. Das ist echt nicht so, dass ich meine Karte im Hintergrund schrecken. Ich bin ein, wir werden uns nicht beackert. Geht wieder! Geht wieder! Ja, Mann! Geht wieder! Oh, scheiße! Den Sambri-Take-Man-Manig-Pouch! Zählen! Geht doch hier irgendwo hin, dann geht's, genau! Au! 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 Uuuuuh! Ach, steh unterhalb! Ach, scheiße! Alarm! Wir verlieren Zilemiel! Oh, Mann! Fahnenflucht! Nein! Ich hab den doch gerade... Mh... Ach du! Ziel Emil verloren! Gott, bin ich ehrlich! Wir haben Ziel-Dora erhobert! Spawnenlos! Ich will das spawnenlos! Wir haben Ziel-Teser verloren! Wir haben das Ziel verloren! Mist! Mist! Alter! 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 Das war gute Arbeit! Wir haben Ziel-Anton erhobert! Alter! Alter! Da ist noch einer hoch, Mann! Ah ne, da ist noch einer! Okay, ich bin tot! Ich bin einfach zu schlecht! Ich bin mir zu schlecht! Ich werde mal bei A! Spawnen! Wir haben Ziel-Dora verloren! Soldaten! Dann geht's in dieses geile Geschütz hier! Ah! Dann geht's in diesem geile Geschütz hier raus! Und der nämlich! Ja! Ah! So genau, ob wir wegen was! Na ja! aus! Eher! Ahem! Achem! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, ich sehe nicht. Verdammt, ich fühl euch nicht mehr. Wir gehen wieder um, was? Gute Arbeit! Komm raus, komm raus! Nein! Nein! Puh! Puh! Okay! Zuppel Zuppel, wo ist er? Ich bin so derbs-grottig! Ich bin eine 6 zu 9, naja, ich bin nicht die Letzte, aber ich bin scheiße. Ich bin wieder bei Asborn, will ich sagen. Ich bin wieder bei Asborn. Schuss! Au! Alter, von wo? Ja, nee, ist klar, von da von der Seite. Verdammte Sch- Zuppel Ja, dann spawn ich ja wieder da. Ist ja gut, Mann. Jo, gut! Ich bin wieder da. Nur mit zwei. Töne Schief! Ich bin wieder da. Das ist eine ganz-tüchung. Es ist eine ganz-schung. Wenn... Wenn wir nicht unternehmen, verlieren wir Ziel Anton. Und wenn wir jetzt schon wieder? Oh, da doch. Ich bin so schnell. Okay, ich muss mir auch mal was zu essen machen, das geht so nicht.